Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man auf einem Android-Betriebssystem sich Notizen machen kann. Als erstes geht ihr in den Market, gebt dort Notizen ein und nimmt Desknotes, installiert das. Dann geht ihr wieder auf ein Homescreen, da oben auf das Plus und unter Big Reds könnt ihr euch dann eins von denen auswählen. Ich nehme jetzt mal das Große. So, hier kann man die Schriftgröße ändern. Ich mache jetzt mal die Größe, 30. So, jetzt kann ich hier schreiben. Ähm, ja, das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.